Der Kanye West. Wow, oh Gott. Zur Arbeit träge ich das nicht. Je nachdem ein Tutu oder ein Borat-Spring. Elefanten. Elefanten. Seeläuern und Schimpansen. Delfine. Krokodile. Geparden. Eine Skischule lernt man Skateboard fahren. Das ist ein Ort, wo man Fondue essen kann. Am Strand. Im Bietland zielt man auf Kochtöpfe. Ich male sie an. Den, wo man nach dem Skifahren geschlafen hat. Das weiss ich natürlich. Das ist auch jemand. Ah, ah, ah.